Mein Name ist Bettina Hacke, ich schieße seit 14 Jahren Bogen und bin Komparsin als Bogenschützin. Also ich habe jetzt mehrere Schüsse gemacht für den Herrn Haller und naja, sagen wir so, der normale Bogenalltag sieht ein wenig anders aus, aber es ist schon sehr nah an der Realität dran. Bitte.